Echt, wir haben es so gut, oder? Dass wir einfach nur an einem Irrtum leiden, an dem Irrtum der Trennung. Und gestern, egal wann, keine Ahnung, hat Jesus mir nochmal einfach so deutlich, es ist ja so deutlich, es gibt keine Sünde, weil die Trennung von Gott nicht stattgefunden hat. Es gibt keine Schuld, weil die Trennung von Gott gar nicht stattgefunden hat. Darum ist es ein Irrtum. Und das geschehen zu lassen, das anzuerkennen, das ist ja jede Vergebung. Jede Vergebung lässt mich ja in einem Augenblick in der Gegenwart des Vaters mich wiederfinden. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, wie Gott mich schuf. Und als Kind Gottes kann ich nicht schuldig sein, weil ich dann einfach nur hier in der Erinnerung wieder bin. Wow, alles, alles, was ich hier in der Idee, in der Trennung gemacht, getan habe, ist wirkungslos. Weil ich nur eine Wirkung Gottes bin. Die Trennung hat in keinem Augenblick stattgefunden. Das ist ja der Trost. Und wirklich zu sagen, hey, das will ich mehr und mehr geschehen lassen. Ich will deine Gnade, deine Gnade. Ich will diese unverdiente Gnade mehr und mehr in meiner Wahrnehmung. Das ist ja die Wahrnehmungsberichtigung. In keinem Augenblick. Keinen Wimpernschlag haben wir ohne den Vater getan. Und dass wir entweder alle schuldig oder alle unschuldig sind, das ist ja das, worauf Jesus uns im Kurs hinweist. Entweder sind alle hier im Irrtum. Alle, die immer wieder nach einem Körper greifen, um sich die Trennung zu beweisen. Und augenblicklich, wenn wir uns mit dem Ego identifizieren, wenn ich wirklich an die Trennung glaube, bin ich in einem Teil meines Geistes in Angst versetzt und verhalte mich wahnsinnig, um mir die Trennung zu beweisen. Wir verhalten uns ja wahnsinnig. Und es war ganz witzig, ich habe so diese verlorene Sohn-Geschichte, über die wird ja auch im Kurs gesprochen, kurz, der verlorene Sohn. Und Jesus hatte mich bei YouTube zu so einem Video von einem Christen geführt und der hat so den anderen Sohn beschrieben, der zu Hause geblieben ist, oder? Und der dann sagt, hey, wieso kriegt denn der das Kalb geschlachtet und wieso kriegt denn der die Feier für seine Freunde? Ich hätte auch gerne eine Feier mal gehabt. Und an der Stelle hat für mich immer die Geschichte geendet. Und dann hat er gesagt, und der Vater sagt dann zu ihm, ich habe dir alles gegeben, du hast schon immer alles gehabt. Was er dann so beschrieben hat, du hättest jeden Tag eine Feier haben können. Ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir alles und noch viel mehr gegeben. Und er sagt natürlich auch, warum freust du dich nicht für deinen Bruder? Und zeitgleich sagt er, ich habe dir alles gegeben. Und das ist die Frage, wann erheben wir Anspruch darauf? Das ist, was Jesus sagt. Du verlangst nicht zu viel, du verlangst viel zu wenig. Wir glauben ja immer noch irgendwo diese Idee von, wenn ich mit Gott gehe oder mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Geist ist doch irgendwo ein Verzicht, oder? Und diese Geschichte und der Kurs sagt uns, das stimmt nicht. Das ist ja auch die Lektion heute. Alle Wunder, die sind, die hast du schon empfangen. Und nur durch unser Geben können wir wahrnehmen, in dem Teil des Geistes, in dem ich überhaupt zweifeln kann, dass uns schon alles gegeben ist. Darum sagt Jesus ja auch, hey, wenn du wirklich, wenn du wirklich nicht noch Millionen von Jahren den Irrtum weiterführen willst, bist du gerufen, dich schnell von Angst zu befreien und Wunder zu wirken. Und dass wirklich allen alles gegeben ist, dass wir mit nichts, mit keiner Gabe, mit nichts zurückhalten müssen, mit gar nichts. Mit gar nichts. Und auch jetzt hier zu bitten, hey, Jesus, Heiliger Geist, echt berühre mich tiefer, als wie jemals zuvor. Ich will mich von dir hier belehren lassen, was das alles wirklich heißt. Dass uns allen alles gegeben ist. Der Vater uns jetzt liebt. Und im Kurs steht ja irgendwo, dass die einzige Freiheit, die es in dieser Welt gibt, die der Wahl ist. Was wähle ich, wähle ich das Ego oder wähle ich den Heiligen Geist? Das ist die einzige Freiheit, sagt Jesus, die wir hier in Wahrheit haben. Und wenn ich den Heiligen Geist wähle in Kommunikation, im Denken, in der Führung, dann bin ich sofort. Weil wir werden ja frei von. Freiheit im Kurs ist ja so gesehen, ich wähle, welches Denksystem ich wähle. Und das Ego sagt, deine Freiheit hier ist, dich so zu verhalten, wie du willst. Und zeitgleich werden wir ja frei vom Götzendienst, frei von allem, wofür wir uns halten. Frei von Mustern, Konditionierung, Sucht. Als Kind Gottes sind wir frei von allem. Wenn ich den Heiligen Geist wähle, dann kann ich wahrnehmen, dass das wirklich allen alles gegeben ist. Das ist ja, dass das Licht in allem, in allem ist. Und Jesus sagt im Kurs, warum sind wir denn hier gelandet mit Freiheit? Der freie Wille muss zur Freiheit führen. Urteilen nimmt immer gefangen, weil es Segmente der Wirklichkeit nach der instabilen Maßgabe von Wünschen trennt. Wünsche sind keine Tatsachen. Und dass wir frei sind, wenn wir uns total trösten lassen. Dass wir frei sind, wenn wir uns mit Jesus, wie er es uns empfiehlt, im Augenblick der Auferstehung im Geist verbinden. Dass wir dann frei sind, frei von allem, wofür wir uns hielten. Das ist ja die Freiheit, von der Jesus spricht. Auferstanden, erleuchtet, nicht mehr Sklave, freiwillig so gesehen, weil das die einzige Freiheit ist, die ich habe, die der Wahl. Was wähle ich? Wähle ich das Ego oder wähle ich? Nun, der erste Schritt zur Freiheit beinhaltet ein Aussortieren des Falschen vom Wahren. Der erste Schritt zur Freiheit beinhaltet ein Aussortieren des Falschen vom Wahren. Das ist ein Trennungsprozess in konstruktiven Sinn. Und das ist ja wirklich, dass wir alles, was wir für die Trennung gesetzt haben, dass wir überhaupt hier scheinbar wählen können, dass wir das wieder dem Heiligen Geist geben. Und dann setzt er diese Fähigkeit überhaupt, zu trennen, wahrzunehmen, ein für unseren Weg nach Hause so gesehen. Dass wir uns erinnern, dass wir jetzt ewig im Vater sind. Dass die Trennung bedeutungslos ist und daher wirkungslos. Wenn die Welt wirklich ist, nach wie vor können wir nicht vergeben. Das ist ein Trennungsprozess im konstruktiven Sinn und spiegelt die wahre Bedeutung der Apokalypse wider. Ein jeder wird letztlich seine eigenen Schöpfung betrachten und sich entscheiden, nur das zu bewahren, was gut ist. Nur das zu bewahren, was gut ist. Und das werden wir mit dem Heiligen Geist. Und das ist ja Vergebung. Ich lasse, es steigt was auf. Jesus lässt was. Ich bitte um Hilfe. Es steigt was in meinem Geist auf, was ich ganz lange geglaubt habe. Ein Urteil über die Welt. Und ich entscheide mich, ob ich das noch als Wahrheit für mich im Geist schützen will. Das ist ja das jüngste Gericht. Und wir werden nur das, was wirklich wahr ist, wahre Schöpfung ist immer bedingungslose Liebe, das werden wir irgendwann sicher behalten, wenn wir mehr und mehr mit dem Heiligen Geist wieder denken und schauen. Ein jeder wird letztlich seine eigenen Schöpfung betrachten und sich entscheiden, nur das zu bewahren, was gut ist, genau wie Gott selbst ansah, was er erschaffen hatte und erkannte, dass es gut war. An diesem Punkt kann der Geist beginnen, seine eigene Schöpfung, seine eigenen Schöpfung, um ihrer Würdigkeit, Willen mit Liebe zu betrachten. Wir werden all das, was wir hier in Liebe gedacht, gesagt, ausgedehnt haben, mit Liebe betrachten. Weil es nur darum geht, dass wir uns erinnern, wer wir wirklich sind. Dass es unser wirkliches Selbst ist, was hier in Liebe ausdehnt. Gleichzeitig wird der Geist unvermeidlich seine Fehlschöpfung nicht als sein Eigen anerkennen, die ohne Glauben nicht länger existieren werden. Gleichzeitig wird der Geist unvermeidlich seine Fehlschöpfung nicht als sein Eigen anerkennen, die ohne Glauben nicht länger existieren. Und das ist der Schritt, dieses Aussortieren in Freiheit hinein. Und das ist das, was wir ja gerade immer mehr, immer schneller und intensiver einfach in uns allen geschehen lassen. Wir lassen uns so total ehrlich in die Freiheit, in die Gegenwart des Vaters hineinführen, indem wir nichts verstecken, indem wir alles aufsteigen lassen und wirklich mit Jesus und dem Heiligen Geist betrachten und uns dann entscheiden, will ich das noch länger schöpfen, schützen, fehlschöpfen. Oder bin ich bereit, das wirklich erlöst, vergeben sein zu lassen, um im nächsten Augenblick wahrzunehmen, dass die Stimme Gottes jetzt zu mir spricht. Das ist ja die Augenblicklichkeit der Erlösung. Und ich muss wahrnehmen, dass wir alle wirkungslos vom Zeitraum geschehen sind. Da lassen wir uns ja immer wieder hinführen in jeder Vergebung. Und das braucht so eine tiefe Ehrlichkeit. Es passiert wirklich niemandem, jedem, irgendjemandem hier was. Gott hat nicht zugelassen, dass ich irgendwann in meinem wahren Selbst verletzt worden bin. Das ist ja das, was wir geschehen lassen. Und die Freiheit, die ich hier habe, ist, das zu wählen, mich unterrichten zu lassen vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, Jesus Christus, hey, ich will mich von dir berichtigen lassen im Geist, wer ich wirklich bin. Und dass Jesus das hier aufgezeigt hat, dass niemandem hier etwas passiert, einfach dadurch, was er ja im Kurs beschreibt, durch die Kreuzigung und Auferstehung. Und ich habe das echt lange so immer wieder auch gelesen und doch so fern gehalten. Und die letzten Jahre ist es so, so nah. Es kommt immer näher, so dieser Augenblick wirklich anzuerkennen, hey, wow, das, es ist wirklich schon geschehen. Und einer hat den Irrtum hier berichtigt und darum ist er in uns allen berichtigt. Und das wirklich anzunehmen, dass wir jetzt frei sind, dass die Welt nicht länger irgendwie eine Idee von Opfer braucht, dass das der totale Irrtum ist, dass wir alle so gesehen im Vater, im Heiligen Geist, in dieser Stimme Gottes getröstet sind, dass wir das in unserem Herzen einfach immer tiefer geschehen lassen, diese Transformation dieses Heiligen Geistfeuers. Das ist ja damit gemeint, berichtige du meinen Geist. Ich will mich nicht länger vom Vater fernhalten. Ich will nicht länger nach dem Ego greifen. Warum sollte ich das tun, wenn das Ego niemals heilen wird? Das Ich heilt nicht. Das sagt Jesus. Du wirst einfach, wir üben, uns nicht mehr damit zu identifizieren. Doch der Vergebungspunkt ist immer, es ist nichts geschehen. Der Vater hat die Trennung nicht zugelassen. Der hat gesagt, wow, meine Schöpfung, was wir gerade gelesen haben, meine Schöpfung ist gut. Und darum sind wir in unserem wirklichen Selbst vollständig und vollkommen. Weil wir uns nicht selber geschöpft haben. Und was für mich gerade so in meinem ganzen Üben und in dieser Hingabe immer tiefer an Jesus so sich immer mehr offenbart, ist wirklich, wow, das ist wirklich alles schon. Es ist wirklich schon. Wir sind schon vollständig. Und wir warten nur darauf, dass wir in immer mehr Augenblicken dieser Stimme für Gott in uns vertrauen, um jetzt einfach allen alles zu geben, ohne zu wissen, wie es aussieht. Ohne Plan. Ohne wieder nach dem Alten zu greifen. Und dieses, was Jesus sagt, hey, das braucht alles kein Urteil, sondern Mitgefühl, weil wir so eine Angst vor diesem Gegenwärtigen haben, vor dieser Gegenwart Gottes in uns. Und ich hatte mal vor Jahren eine tiefe Erfahrung in Meditation. Und ich kam aus der Meditation raus und habe wirklich nur noch Licht gesehen. Ich habe erst mal gar keinen Körper mehr gesehen. Es war nur Licht. Und irgendwann kamen die Körper und alles war voller Licht. Und dann habe ich gemerkt, wow, ein Teil in meinem Geist wird unruhig. Und dann habe ich die Körper gesehen, aber ohne Geschichte. Und dann habe ich mir richtig Angst gemacht in dem Teil des Geistes, in dem ich mich als Person identifiziere und habe gedacht, wow, ich weiß gar nicht, wen ich hier gut finde, wen nicht und mit wem ich hier nach Hause gehe gleich. Und in dem Augenblick kamen die ganzen Geschichten wieder. Und das ist ja unser Üben, dass wir uns das wirklich hier alles selber antun. Wir greifen nach dieser Identität in Zeitraum, weil wir Angst vor unserem Wirklichen Selbst haben, dass wir Gegenwart sind. Und als ich dann wieder alles, so gesehen, als Sicherheit hatte, alle Geschichten, hat Jesus mir einfach noch mal für einen Augenblick gezeigt, dass es darum geht, dem zu vertrauen, dass in dieser Ausdehnung, in diesem Einssein alles gegeben ist. Gott erzwingt uns ja nichts. Darum können wir ja immer wieder nach der Trennung greifen. Das sagt Jesus ja, du darfst dir noch Millionen Jahre leiden. Und doch müssen, oder was heißt müssen, dürfen wir ja immer tiefer, tiefer, tiefer dem Vater vertrauen. Dass selbst, und ich wusste es, irgendwo ein Teil in meinem Geist wusste, hey wow, das ist alles wahr, das ist alles Ausdehnung. Ich bin sicher in diesem Licht und nicht, was ich immer in dem einen Teil meines Geistes immer noch glaube, dass ich sicher bin, wenn ich weiß, wer ich scheinbar bin, in Zeitraum. Um damit urteilsfrei zu üben, das ist es ja. Das, was Jesus im Kurs sagt, wenn jemand die Welt loslassen will, total ehrlich im Herzen, darum geht es ja, total ehrlich im Herzen, dann ist die Welt losgelassen. Und damit zu üben und zu sagen, hey wow, ich habe scheinbar echt immer noch ein mangelndes Vertrauen, weil ich finde mich immer noch im Körper wieder, ich halte immer noch diese Identität aufrecht und das ist einfach ein geistiges Spiel, weil in Wahrheit bin ich jetzt in der Liebe im Licht. Und ich habe immer noch so eine Angst, alles hier loszulassen, weil sonst hätte ich es schon losgelassen. Und das ist ja die Vergebung. Und vor ein paar Jahren oder vor zwei, drei war ja mal bei ganz vielen, die gesagt haben, ja, ich will ja noch was hier und dann lasse ich ganz schnell die Welt los. Und Jesus, der sagt, hey, du hast dir so eine Angst, du hast dir so eine Angst vom Vater gemacht. Und er ist einfach nicht zu fürchten. Wir sind frei in Gott. Und das merken wir ja immer mehr, oder? Je tiefer wir vergeben, je häufiger wir im heiligen Augenblick sind, in diesem Licht. Das ist ja das Allerschönste immer mehr, wirklich die gegenwärtige Unschuld im Bruder zu schauen. Und darum machen wir dieses langsam erweiternde Schulungsproblem. Problem, genau, Programmproblem. dass wir immer wieder denken, hey, wow, Gott gibt mir nicht alles. Das haben ja ganz viele die Idee, oder? Mir gibt Gott nicht alles. Und wahrzunehmen, mir ist schon alles gegeben. Ich greife immer wieder nach dieser Trennungsidentität. Ich greife danach, weil ich so eine Angst mir gemacht habe vor dem, was ich, was wir alle wirklich sind. Darum. Und damit urteilsfrei zu sein, darum sagt Jesus ja auch, hey, ein glücklicher Schüler verurteilt sich nicht, weil es total faszinierend ist, im Geist das zu beobachten, was wir da machen. Ich muss es ja, darum sagt Jesus ja, hey, wir schauen uns hier, wenn du mir nachfolgst, sobald du den Heiligen Geist bittest, schauen wir uns nur noch an, was du nicht bist. Weil das, was du bist, dass diese Beziehung zum Vater, das ist ja mein wirkliches Selbst. Ich und der Vater sind eins. Und das offenbart sich ja in immer mehr Augenblicken. Wenn ich mich wirklich sein lasse, wenn ich vergebe, wenn ich den heiligen Augenblick übe. Das ist ja unser Üben, was wir immer mehr geschehen lassen, dass ein Selbst in uns wirkt, eine geistige Offenheit, eine Kommunikation, in der wirklich jede Antwort gegeben ist. ein Selbst, ein Verstand, eine Vollständigkeit, wo alle Intelligenz der Welt nicht mitkommt. Das ist es ja. Dass wir wirklich in Gott, in der Nachfolge mit Jesus, finde ich, mit Jesus Christus, wirklich so berührt, so belehrt sind, dass wirklich nichts zu fürchten ist. Darum sagt Jesus ja, du musst dich schnell von Angst befreien, damit du dich hier wirklich so sein lässt, wie der Vater dich schuf. Wir vertrauen nur noch darauf, was der Heilige Geist durch uns sagt, wirkt, weil das mein wirkliches Denken ist. Ich bin ja nicht der Name, das ist ja die Begrenzung. Und die einzige Freiheit, die wir hier scheinbar haben, ist die Freiheit der Wahl. Und was wähle ich? Mit wem will ich hier denken? Welcher Stimme will ich hier vertrauen? Darum geht es ja immer mehr. Und dass der Heilige Geist mich an meine Wirklichkeit erinnert, ey, danke. Und dann sagt Jesus, Wunder stellen Freiheit von Angst dar. Wunder stellen Freiheit von Angst dar. Genau, in dieser Welt ist die einzig verbleibende Freiheit, die Freiheit der Wahl. Immer zwischen zwei Wahlmöglichkeiten oder zwei Stimmen. Das ist die Freiheit für uns hier. Die Freiheit der Wahl. Welcher Stimme vertraue ich? Welcher Stimme folge ich? Welche Stimme will ich hören? Die Stimme für Gott, die mich erinnert, hey wow, du bist mein geliebtes Kind. Hüpf los. Dir ist alles gegeben, wie die Lektion heute. Dir ist schon alles gegeben. Das Schatzhaus ist voll und es fließt über, wenn wir bereit sind, uns zu geben. Ohne eigenen Plan. Das ist es ja. Das, was Jesus sagt im Kurs. Wenn Gott dir einen Plan gibt, sei dir sicher, er gibt dir auch die Mittel, dass der sich erfüllt. Er hat dir schon die Mittel gegeben. Darum müssen wir selbst, wenn wir einen Plan von Gott bekommen, uns überhaupt nicht um irgendwas kümmern, so gesehen, sondern sei dir sicher, er hat dir schon die Mittel gegeben. Wenn wir auf den Heiligen Geist hören, wenn wir wirklich tiefer vertrauen, und darum geht es ja. Darum sagt Jesus ja, vertraue nicht den Augen, mit denen du hier die Welt siehst, den körperlichen Augen, vertraue nicht den körperlichen Ohren, den ganzen Sinnen, weil die habe ich gemacht in meinem Geist, um mir die Trennung zu beweisen. Was wir geschehen lassen, wenn wir mit dem Heiligen Geist schauen, wenn wir die Welt vergeben für einen Augenblick, und das heißt, ich will nicht mehr Recht haben mit der Form, mit der Bedeutung, die ich der Welt gegeben habe, dann schauen wir immer mehr in unserem wirklichen Selbst, und dann schauen wir, dass Gott uns in jeder Form entgegenkommt. Und da ich meinen Geisteszustand da draußen sehe, das ist ja nicht nur, oh, ich sehe meinen Geisteszustand im Ego Hilfe, ich sehe natürlich auch in der Schau meinen Geisteszustand, und darum sind Wunder dann natürlich. Darum nehme ich dann wahr, dass ich im Vater versorgt bin, weil die Trennung niemals stattgefunden hat. Das ist unser Aufzeigen. Ich bezeuge den Vater, dass allen alles gegeben ist, dass der Vater mich versorgt. Und wenn ich das in mir kennenlerne, schaue ich, dass es bei allen geschieht. Und das ist ja das, wo wir uns geistig immer tiefer und tiefer und tiefer hinführen lassen. Und ich finde das echt so berührend, diese ganze Schulung mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus. Und ich durfte Seminar geben, und da bin ich selber dermaßen auseinandergenommen worden. und es liefen so die Tränen. Und es ist einfach wirklich so, dadurch, dass Jesus wirklich gesagt hat, hey, ich bin hier in Zeitraum gekommen, ich habe mir das wirklich als drastisches Zeichen für dich, damit du nicht dran vorbeischauen kannst. Gott lässt nicht zu, dass dir in deinem wirklichen Selbst hier irgendetwas geschieht. Vergebung ist der Schlüssel zur Auferstehung. Das heißt, ich, das war ja Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Das war ja voller Liebe gemeint. Und das ist ja die Schau, wenn wir wahrnehmen, auch wenn wir gerade mit diesen Fehlschöpfungen, die wir uns nochmal anschauen müssen, die Dinge, die wir hier aus Angst getan haben, wirklich zu schauen mit Jesus und dem Heiligen Geist, das ist ja Vergebung. Hey, wow, es war ein Fehler. Wir müssen ja unterscheiden zwischen Sünde und Fehler. Es war ein Fehler, natürlich einem Bruder hier wehzutun, an die Trennung zu glauben, das zu schützen, zu verstecken, die Schuld nach außen zu projizieren. Darum geht es ja. Dass wir damit leicht werden. Ah, okay, das sind alles Fehlschöpfungen. Das war ein Fehler. Und anfangs habe ich mich ja echt, und auch jetzt, nur wenn Jesus sagt, hey, sag sorry, kann man echt sagen, hey, tut mir leid. Ist nicht das, was ich wirklich will. Das ist nicht das, was ich wirklich mit dir teilen will. Wir vergessen ja immer wieder, wer wir wirklich sind. Und darum sagt Jesus, du hast es vergessen, aber du hast es nie verloren. Niemals. Niemals. Und wahrzunehmen, dass wir nichts anderes machen, als wirklich zu üben, das Falsche vom Wahren erst mal zu unterscheiden, was wir gerade gelesen haben. Und dazu muss ich alles aufsteigen lassen. Ich muss bereit sein, irgendwann mich unterrichten zu lassen, dass schon, wenn der Trennungsgedanke oder wenn das Urteil aufsteigt, dass der Heilige Geist mich fragt, willst du diesen Gedanken weiterdenken? Willst du diesen Gedanken weiterdenken? Und selbst wenn ich merke, ja, ich will jetzt hier urteilen, ich fühle mich gerechtfertigt, verletzt oder, oder. Damit wirklich zu schauen, was macht das? Darum sagt Jesus ja, wir müssen urteilsfrei üben. Was macht das in meinem Geist? Sofort bin ich klein, alle anderen auch. Sofort ist Schuld da. Sofort ist Verdrängen da. Das halte ich in mir nicht aus. Darum schiebe ich es nach draußen. Weil die ganze Welt gründet auf der Angst vom Vater. Und darum projiziere ich das alles nach draußen. Und das zurückzuholen, um wirklich immer wieder im heiligen Augenblick wahrzunehmen, ach, der Vater ist gar nicht zu fürchten. Darum ist die Welt bedeutungslos. Ach, der Vater ist gar nicht zu fürchten. Ach, in Wahrheit geschieht was ganz anderes. Ich wiederhole den einen Augenblick. Und wenn ich glaube, dass die Trennung stattgefunden hat und wenn ich mich in diese Idee, diesem Schritt scheinbar weitergehe, im Geist und den Glauben darein setze, an die Trennung, dann habe ich sofort Vergangenheit. Für mich und für alle anderen auch. Und wenn ich mich berichtigt sein lasse und die Freiheit der Wahl, die einzige Freiheit scheinbar, die wir hier haben, wie Jesus beschreibt, die Freiheit der Wahl anwende und sage, hey, Vater, erinnere du mich, wer ich bin. Das ist ja den Heiligen Geist bitten, die Stimme für Gott, von Gott, die in die Trennung mit hineingegeben wurde, in den Teil des Geistes, in dem ich träume, dass ich alleine bin. Da ist die Stimme mit reingegeben worden, weil jeder Schöpfer seine Schöpfung schützt. Und da zu fragen und sofort kann ich wahrnehmen, wow, wow, was will ich, was will ich jetzt hier gerade? Will ich weiter leiden, indem ich eine Illusion schütze? Oder bin ich bereit, zu vergeben, mich erinnert sein zu lassen, wer ich wirklich bin und für einen Augenblick diese Liebe ausgedehnt sein zu lassen, die jetzt allen alles gibt. Darum geht es ja. Als Kind Gottes nehmen wir mehr und mehr wahr, dass wenn wir jetzt segnen, dass dieser Segen alles umfasst und einschließt und ausdehnt. und darum sagt Jesus, irgendwann wirst du alle Lebewesen lieben, weil alles, was wirklich lebt und lebendig ist, Teil meiner selbst ist. Das finden wir ja wieder. Und durch diese diese, diese ganze Empörung und durch diesen Schmerz, wenn wir glauben, dass uns was geschehen ist und darum sagt Jesus ja, hey, der Vater hat dir einen Tröster mitgegeben. Der tröstet dich hier in den Traum hinein und lässt uns wirklich wahrnehmen, wow, ich bin immer, immer im Vater geliebt. Es ist nichts geschehen. Und Jesus sagt, wenn du die Welt leugnen willst, dann mach das nicht ohne den Heiligen Geist, dann leugne in diesem Trost und Trost ist immer, ich werde empor gehoben in meine Unverletzlichkeit, weil ich als Kind Gottes wirklich unverletzt bin. Und diese Freiheit der Wahl, das wähle ich jetzt. Ich bin frei zu wählen. Ich bin nicht Geisel des Egos. Ich wähle das. Ich kann in jedem Augenblick den Vater wählen, weil die Trennung gar nicht stattgefunden hat. Darum kann ich das wählen. Weil so gesehen, was Jesus sagt, du kannst, du lernst zu unterscheiden, welches Denksystem du wirklich willst. Weil beide in sich schlüssig sind. Das Ego ist in sich schlüssig. Mir tut was weh. Das geht gerade nicht. Und Gott ist manchmal da, manchmal nicht. Das ist ja die Idee im Ego, wenn überhaupt. Hier ist eine Ebene, da kann ich wirklich sterben und leiden. Und wir können den Heiligen Geist wählen. Wir können Jesus Christus wählen. Und dann können wir wahrnehmen, wow, hier passiert wirklich was ganz anderes. Wunder sind natürlich. Ich bin jetzt im Vater berührt, wie alle anderen auch. Und darum wollen wir diese Liebe immer mehr ausdehnen. Weil wir wirklich wahrnehmen, wenn ich es in mir geschehen lasse, kann ich es auch im Bruder wahrnehmen. Wenn ich für mich die Sühne annehme, habe ich sie auch für meine Brüder angenommen. und dann nehmen wir immer in immer mehr Augenblicken wahr. Das ist es ja. Wir dehnen ja diesen Augenblick von Heiligkeit mehr und mehr aus. Wir wollen immer mehr Augenblicke wirklich vergeben sein lassen. Und darum ist Vergebung ja nicht, darum sagt Jesus ja, irgendwann ist die Vergebung vollständig. Das heißt, ich bin im vergebenden Geist und ich weiß, sobald ein Urteil aufsteigt, versuche ich gerade wieder nach der Identität zu greifen oder ich greife danach. Ich bin versucht, da die Sicherheit zu finden, weil ich Angst vorm Vater habe. Und dann den Heiligen Geist zu bitten, Jesus Christus zu bitten, der aufgezeigt hat, hier in Zeitraum. Der Vater ist nicht zu fürchten. genauso wenig wie die Illusion der Trennung. Es gibt gar nichts zu fürchten, das hat er ja aufgezeigt. Darum hat er sich nicht gewehrt, weil er hat gezeigt, du kannst, ich habe aufgezeigt, dass hier niemand verfolgt sein kann. Die Illusion ist nicht zu fürchten und der Vater ist nicht zu fürchten, weil da nur Liebe ist. Und darum ist ja der erste Prüfstein zur Wahrheit totale Angstfreiheit. Weder Angst vor der Welt, vor der Illusionären, noch vor der Wirklichen. Das lassen wir mehr und mehr geschehen. Und das ist doch echt so, ich finde das so abgefahren, so, dass wir wirklich Ja sagen zu dieser Beschulung im Geist, so gesehen, zu dieser Bespaßung immer mehr im heiligen Augenblick und so ehrlich wirklich immer ehrlicher wahrnehmen. Das stimmt wirklich. Gott ist jetzt, weil ich jetzt sagen kann, hey, für einen Augenblick vergebe ich allen alles. Ich vergebe der Welt. Ich vergebe mir und ich will mich von dir berühren lassen, heiliger Geist. Ich will mich von dir erinnern lassen, wer ich wirklich bin. Das ist ja damit gemeint, heile du meinen Geist. Und dann mische ich mich nicht ein, sondern ich lasse einfach geschehen. Egal, egal wie sich das gerade offenbart, anfühlt, sich wahrnehmen lässt, das ist egal. Weil das ist ja das Abenteuer, dass wir wirklich lebendig im Vater sind, neu geboren, ohne Vergangenheit. Das ist alles schon gegeben. Wir sind schon in der Versorgung. Und das ist ja das, wo wir dann wirklich urteilsfrei sagen, hey, belehr du mich. Wenn das stimmt, Jesus, was du im Kurs sagst, wir haben immer das, was wir uns wünschen. Alle Gebete sind augenblicklich beantwortet. Alles ist sofort gegeben. Der Vater versorgt mich schon. Ich nehme es nur nicht wahr, weil ich mich auf die Sinne des Körpers und der Körper, mein Geist ist ja nicht im Körper gefangen, sondern der Körper ist eine Idee in einem Teil meines Geistes als Identität. Und wenn ich da wieder loslasse, und das ist Vergebung, wenn ich da loslasse, kann ich wahrnehmen, dass Gott in mir, in dir, in uns allen wirkt. Und diese Wirksamkeit, die lassen wir ja hier in Zeitraum geschehen, im Traum. das ist ja der glückliche Traum. Gott wirkt in mir, in dir, in uns allen und wir lassen es geschehen, ohne zu wissen, wie es geht. Einfach nur, weil wir wieder dein Kind sein wollen. Wir wollen nicht mehr Recht haben mit der Zeitraum Idee, sondern wir wollen aufzeigen, wow, die Gesetze des Vaters sind so viel wirklicher als alles, was wir uns hier angstvoll in Zeitraum ausgedacht haben. Das ist ja das, was wir geschehen lassen. Und dass uns das allen wirklich gleichermaßen gegeben ist, finde ich wirklich einfach so ein Geschenk. Und die Freiheit, was Jesus sagt, das ist deine Freiheit. Es geht nicht darum, dass du alles tun und lassen kannst, was du willst. Die ganze Welt basiert auf Angst, da sind wir Freiheit, hey komm, ich kann machen, was ich will. Aber das Ego ist Angst, Mangel, Gedanke, da ist keine Freiheit. Wir sind nicht frei von. Im Ego unterstelle ich mich der Angst. Und darum sagt Jesus, die einzige Freiheit, die du hier hast, ist die Wahl. Wähle ich das Ego oder wähle ich den Heiligen Geist. Und alles, was wir hier uns sonst einreden ist keine Freiheit und das macht nichts. Darum üben wir ja urteilsfrei. Urteilsfrei. Freiheit vom Urteil. Und doch ehrlich zu sein, wahrzunehmen, okay, wow, sobald ich im Götzendienst bin, versuche ich mich zu töten. Ich mache mich klein. Ich sage, ich brauche irgendetwas in dieser Welt. Und das ist sofort unfrei. Und damit wirklich einfach ehrlich zu üben. Ehrlich zu üben und zu sagen, okay, wow, hey, in was für Abenteuer wir geistig sind. Weil wir haben ja so lange der Welt die Bedeutung gegeben, dass unser Wert darin liegt, was wir haben, haben, mein Enkel sagt immer haben, haben, was wir haben und was wir scheinbar sind, wie toll wir uns entwickeln oder 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 und wahrzunehmen, wir sind schon, sobald wir auf den Heiligen Geist hören, offenbart sich ein ein Sein in uns, dass wir wirklich wahrnehmen, wow, ich bin wie der Vater mich schuf und es ist alles gegeben und in dem wollen wir uns irgendwann nur noch geben, weil wir wirklich schon alles in uns haben, haben, wir haben schon alles, wir brauchen nichts in der Welt haben, sondern wir, die Welt ist wirklich so, das ist ja der glückliche Traum, ich vertraue nur noch dieser Stimme für Gott immer mehr und immer mehr Augenblicken und und ich nehme wahr, der Vater hat allen alles gegeben, wir sind alle so gesehen neu geboren und so inspiriert im Heiligen Geist, das ist ja der Teil, den wir geben, dass jeder hier so inspiriert ist wie niemand anderes, wir haben Besonderheit haben wollen in der Trennung und darum geben wir uns hier ganz in einem Teil, den nur wir geben können und dadurch nehmen wir wahr, dass wir eins sind und dass es das ist, was wir wollen, ohne Opfer, ohne Opfer, wir schenken uns ganz, dadurch ist dieses Bedürfnis befriedigt, darum sagt Jesus, im Vater sind alle Bedürfnisse befriedigt, weil wir hier einen Teil zu geben haben, den nur jeder Einzelne geben kann, wir werden empor gehoben und in diesen empor heben immer mehr nehmen wir wahr, wow, ich will hier eigentlich nur noch lieben und und das Licht in allen zu schauen, das das allerschönste ist und das ist ja der heilige Augenblick und darum sagt Jesus, hey, ich war irgendwann nur noch in diesem heiligen Augenblick, ich war nur noch in dieser Ausdehnung und ich finde es so bestechend schön, dass diese Trennung, diese Trennungsidee befriedigt wird, im Nachhause gehen, oder? Das ist ja der glückliche Traum, das ist ja, was Jesus sagt, lass dich da von mir führen, weil wir sind diesen Weg schon gegangen, das war jetzt ja auch die Lektion, doch in dem Teil des Geistes, in dem ich immer noch an die Trennung glaube, muss ich merken, ach, das ist schon, ach, es ist schon geschehen, ich bin es ist schon, ich wehre mich nicht mehr dagegen, gegen das, was jetzt schon ist und ich finde das echt, ich finde das einfach so, 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 so abgefahren, schön und wirklich echt so ein Geschenk, in dieser Welt ist die einzig verbleibende Freiheit, die Freiheit der Wahl, immer zwischen zwei Wahlmöglichkeiten oder zwei Stimmen und unser Wille ist und Illusionen werden nicht andauern, ihr Tod ist sicher und nur das in ihrer Welt gewiss, deswegen ist es auch die Welt des Ego, was ist das Ego, nur ein Traum dessen, was du wirklich bist, ein Gedanke, dass du getrennt von deinem Schöpfer bist und ein Wunsch, das zu sein, was er nicht schuf. Es ist ein Ding des Wahnsinns und überhaupt keine Wirklichkeit, ein Symbol der Unmöglichkeit und darin liegt unser Frieden, das wieder wahrzunehmen, dass all das, wofür wir uns halten, dass das komplett bedeutungs- und wirkungslos ist und nur das, was wir am Anfang auch hatten, all das, all die Augenblicke, in denen wir wirklich diese Liebe teilen, diese Bruderliebe, diese Geschwisterliebe in Gott, das ist das, was wahre Schöpfung ist und das bleibt und das, da führt Jesus uns ja hin, dass selbst wenn wir glauben, dass diese private Welt schützenswert ist, dass das nur die Angst ist, dass das nur die Angst vom Vater ist und dass das nicht schützenswert ist und wenn ich das anerkenne und es nicht schütze, dann ist es augenblicklich berichtigt und ich kann wahrnehmen, dass ich eine Liebe offenbart, die gerade noch nicht vorstellbar war. Das ist ja der heilige Augenblick, das ist die Berichtigung in Vergebung. Für einen Augenblick bin ich wieder so im Vater geliebt, dass mir wirklich Hören und Sehen vergeht. Ich verlasse mich nicht mehr auf die Körpersinne, sondern ich lasse mich erinnert sein, dass ich Geist bin und dass in dem alle Bilder, die ich gerade noch vom Bruder, von der Schwester hatte, Bedeutungslos sind. Weil wir alle im Christus sind. Das hat Jesus aufgezeigt. Auferstanden bist du des Kind Gottes. Ohne Körper, mit verklärtem Körper, bist du erinnert, dass du Geist bist, dass dir alles gegeben ist, dass du alle liebst. und dass darin wirklich echt einfach die Feier liegt, die Erlösung für alle, dass wir in Wahrheit nichts anderes wollen, das finde ich einfach so berührend, dass es wirklich so ist, dass wir uns daran erinnern, dass es nichts gibt, was so wundervoll ist wie der heilige Augenblick. Aber ich bin echt im Irrtum gewesen über uns alle. Es war nur der Versuch, mich in dieser Welt sicher zu halten, weil ich vergessen habe, dass ich jetzt schon im Vater sicher bin, weil ich mir Angst davor gemacht habe. Und ich finde es wirklich so berührend, dass wir gerade alle diese Angst verlieren, mehr und mehr, weil wir einfach mehr vergeben. Darum sagt Jesus ja auch, Vergebung ist die einzige, die einzige hier, was keine weiteren Illusionen macht, sondern immer wieder auflöst. Wenn ich die Berichtigung geschehen lasse, löst es immer wieder auf, wow, ja klar, ich bin ja dein Kind und in dem ist mir alles gegeben. Das ist ja sofort die Wahrnehmung und dann braucht mir im Außen keiner mehr was zu geben. Es muss niemand anders sein, weil ich das Bild von den anderen runtergenommen habe und schaue, wow, jetzt sind wir, jetzt sind wir. Ja, Wunder geschehen. Ja, und das ist einfach so ein Geschenk. Ich finde es wirklich echt so ein Geschenk. Und dass wir alle immer wieder uns echt in dem begegnen und recht ermutigen, hey, wow, es ist schon, es ist schon, es läuft schon, die Welt ist schon, erlöst. Wir verpassen immer wieder nur den Augenblick, uns jetzt ganz zu geben. Und damit hören wir ja auf. Und die Freiheit der Wahl anzuwenden, anzuerkennen, okay, das ist wahre Freiheit. Ich wähle jetzt den Heiligen Geist. Wenn ich unglücklich bin, wähle ich den Heiligen Geist, dann habe ich das Ego gewählt. Wenn ich traurig bin, wähle ich für einen Augenblick die Freiheit, habe ich. Danke Jesus, dass du uns hier an die Freiheit erinnerst, dass ich augenblicklich den Heiligen Geist wählen kann. Die Stimme, die mich erinnert, wer ich wirklich bin. Und echt, was für ein Danke, was für ein riesengroßes Danke. Und das ist das, was wir sind. Jetzt ewig. und wir erinnern uns alle und ich finde es echt gut. Ich finde es echt so gut. Ich finde es so legendär. finde es so einen wirklichen Flash, dass wir uns echt alle erinnern und sagen, das will ich mehr und mehr. Ich will hier aufzeigen, dass wir im Vater sind, in Gott. Weil darin einfach Wahrheit, Wirklichkeit, Liebe, Ausdehnung, Herzöffnung, immer mehr Angst, Freiheit wahrnehmbar ist. Danke, ich liebe euch uns. hat these sie haben haben